Hallo Strategie und Taktik Freunde! Im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr unsere Phalanx-Armee offensiv einsetzt und so Schlachten gewinnt, auch wenn die Vorhersage im Spiel sagt, dass ihr die Schlacht auf jeden Fall verlieren werdet. Bleibt dran! Hier seht ihr jetzt, dass der Computer uns sagt, wir gewinnen die Schlacht nicht. Wir sehen, der Gegner hat zwei Armeen. Insgesamt ist er uns also zahlenmäßig überlegen und wir müssen es nun schaffen, in einer offenen Feldschlacht mit einer Phalanx-Armee zwei feindliche Armeen zu besiegen, die uns auch zahlenmäßig überlegen sind. Wie machen wir das? Ganz einfach! Wir stellen erstmal unsere Phalanx auf und gruppieren die auch. Ich habe alle meine Pekiniere unter der 1 gruppiert, dann habe ich erstmal alle meine Kavaleristen unter der 2 gruppiert. Um keine weiteren Videos mehr zu verpassen, um immer auf dem Laufenden zu sein und natürlich auch um den Kanal zu unterstützen, lasst doch einfach ein Abo da. Mit jedem Abo, jedem Like und jedem Kommentar unterstützt ihr den Kanal. Ich danke euch! Das wichtigste ist, unsere Pekiniere müssen den Gegner aufhalten. Das heißt, unsere Pekiniere müssen die gegnerischen Einheiten binden. Sie fungieren ja wie schon bereits erklärt als Tanks und ermöglichen so unseren Plänklern und unserer Kavalerie den Schaden zu machen. Im Idealfall setzen wir dazu natürlich auch Taktiken ein, wie die Hammer und Amboss Taktik. Hier seht ihr jetzt, wie ich mit dem Pekinieren vorgehe und dort den Gegner binde. Währenddessen kümmert sich quasi die Kavalerie um die Flanke und wird dabei unterstützt von den Plänklern. Gleichzeitig werden wir mit unserer Kavalerie auch seine Plänkler ausschalten, damit die unsere Pekiniere nicht zum Zusammenbrechen der Moral bringen, so dass unsere Schlachtreihe bricht. Die zweite Armee rückt hinten schon an. Ihr seht, sie kommen immer näher. Das heißt, wir sind unter Zeitdruck. Wir müssen jetzt möglichst schnell alle seine Plänkler ausschalten. Gleichzeitig natürlich dafür sorgen, dass unsere Linie hält. Das sieht aber gut aus. Und an der rechten Flanke seht ihr auch, hat der Gegner die Überzahl. Das heißt, da müssen wir besonders eingreifen. Wir unterstützen jetzt hier mit den Plänklern primär unsere Pekiniere und unsere Kavalerie kümmert sich um die Nahkämpfer und um die Sperrkämpfer, die noch an der rechten Flanke sind. Wir schwenken jetzt aber um auf die Plänkler. Hier muss man jetzt auch aufpassen, dass die Kavalerie nicht zwischen den beiden Armeen gefangen wird und man muss auch ein Auge auf die eigenen Plänkler haben, dass die nicht in Nahkämpfe verwickelt werden. Da nutzen wir die Hammer-und-Amboss-Taktik, indem wir geballt mit unserer Kavalerie in seine Flanke fallen, die sich ja schon im Nahkampf mit unserem Pekinieren befindet. Das Gute ist, dem Ansturm hat der Gegner nicht viel entgegenzusetzen und bricht. Wir ziehen unsere Kavalerie raus, um sicherzustellen, dass wir nicht zwischen den beiden Armeen eingeklemmt werden. Gleichzeitig ziehen wir eine Pekiniereinheit zurück und schrägen die ab, um somit die Flanke zu schützen. Und unsere Plänkler kümmern sich folgerichtig um die feindlichen Flankeneinheiten. Durch unsere Kavalerie haben wir jetzt auch sehr viele Gegner auf die Seite gelockt. Hier greifen wir jetzt auch wieder geballt an und unsere leergeschossenen Plänkler schicken wir in den Nahkampf. Wir haben jetzt Early-Game-Plänkler, also die Sperrwerfer und die Bogenschützen. Die sind im Nahkampf nicht so toll, aber als Unterstützung für die Pekiniere sind sie okay und als Ablenkung für die Kavalerie erst recht. Das läuft auf jeden Fall soweit ganz gut. Denkt immer dran, die Vorhersage war, dass wir Sangoklanglos verlieren werden und wenn ihr diese Schlacht auswürfeln lasst, wird das auch eine krachende Niederlage. Das ist jetzt der Idealfall. Wir greifen mit den Kavalerieinheiten von drei Seiten an. Das bedeutet, dass wir den Gegner massiv debuffen, denn jeder Flankenangriff führt zu einem Debuff. Und wenn wir von drei Seiten aus angreifen, haben wir quasi einen dreifachen Debuff bei den Kampfwerten des Feindes. Die Moral bricht ein und wir machen mehr Schaden. Dadurch kriegen wir den Gegner extrem schnell ausgeschaltet. Jetzt ziehen wir wieder mit unserer Kavalerie vor, greifen erstmal noch die flüchtende Einheit an und geben der Druck, damit die sich nicht wieder sammeln kann und schwenken dann um. Und zwar müssen wir die Flanke unterstützen, wo die Plänkler auch im Nahkampf sind. Einige von euch werden sich jetzt fragen, warum ich die Pekiniere nicht anders aufstelle, um zum Beispiel im Laufe der Schlacht die Truppen gegen frischere Truppen auszutauschen. Gibt einen ganz einfachen Grund dafür. Und zwar, dann bräuchte ich mehr Pekiniere und hätte dafür dann weniger Plänkler oder weniger Kavalerie. Und dann funktioniert diese Taktik oder diese Armee aber nicht so. Ich setze jetzt einfach darauf, dass meine Pekiniere aufgrund von Erfahrung und aufgrund von Generalsfähigkeiten lange genug durchhalten, auch wenn sie erschöpft sind, dass ich sie nicht austauschen muss. Und wie ihr seht, funktioniert das ja auch ganz gut. Wir sind jetzt dabei, richtig ins Gewinnen zu kommen. Denn wir schaffen es gerade, den Großteil seiner Plänkler, die noch auf Distanz sind, auszuschalten. Und wir haben es geschafft, dass unsere Linie hält. Da gehen wir jetzt mit den Plänklern als Unterstützung rein. Und auf der anderen Seite, wo er starke Konzentrationen hatte, sind wir mit der Kavalerie gut zu Gange. Wir haben bis jetzt immer noch keine Einheit als Totalverlust. Unsere Einheiten stehen alle noch im Feld, kämpfen alle noch. Eine Plänklereinheit hat sich zurückgezogen, weil sie jetzt lange im Nahkampf stand. Aber selbst diese Plänklereinheit lebt noch und kann nach der Schlacht ja wieder aufgebaut werden. Das ist wichtig, denn mit jeder Schlacht bekommen die Einheiten Erfahrung und werden durch die Erfahrung besser. Das heißt, man sollte unbedingt seine Einheiten am Leben halten. Zwischendurch auch immer wieder die Generalsfähigkeiten einsetzen, um die eigenen Einheiten zu buffen und gegnerische Einheiten zu schwächen, je nachdem, was für Skills ihr habt. Und ganz wichtig, immer mit Flankenangriffen arbeiten, denn wenn ihr nur frontal aufeinander einprügelt, dann holt ihr nicht das Maximum aus eurer Armee raus und schadet dem Gegner auch nicht so, wie ihr es könntet. Das hier ist auch ein wichtiger Aspekt. Fliehende Einheiten, wenn ihr könnt, immer verfolgen, bis die blinkende Fahne weg ist und sie keine Flagge mehr haben. Denn dann sind sie gebrochen und können nicht mehr in den Kampf zurückkehren. Hier ist ein wichtiger Punkt, wir haben den feindlichen General inzwischen so weit, dass er bricht. Er ist gebrochen. Das ist ein schwerer Schlag für die gegnerische Truppenmoral. Und jetzt können wir die Flanke auch aufrollen. Da, die nächste gegnerische Einheit fängt an zu blinken. Unsere rechte Flanke hat gehalten. Wir haben immer noch alle Armeen oder alle Einheiten der Armee. Und wir haben gewonnen. Aber wir werden die Schlacht noch nicht direkt beenden. Wir werden versuchen, den Gegner noch zu verfolgen und noch mehr Truppen zu töten. Denn je mehr ihr hier auslöscht, desto mehr Gefangene bekommt ihr, desto mehr Geld bekommt ihr nach der Schlacht. Und desto größer ist die Chance, dass die gegnerische Armee komplett ausgeschaltet ist und nicht mehr agieren kann. Lasst ihr hier zu viele Gegner entkommen, zieht sich die gegnerische Armee zurück und hat dann im schlimmsten Fall noch ein paar tausend Mann. Und das wollen wir natürlich verhindern. Also rein, Kasala. Alles was geht, Druck machen und so viele wie möglich platt machen oder gefangen nehmen. Beides ist vollkommen okay. Denn jedes antike Imperium braucht natürlich auch Sklaven oder Gefangene, die man gegen Lösegeld abgeben kann. Und da seht ihr es. Unsere komplette Armee hat überlebt. Wir haben natürlich Verluste. Aber schaut euch mal die Kill-Ratio an. Also wir haben viele mehr Gegner getötet, als wir selber verloren haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet das eine oder andere mitnehmen. Gebt mir dazu gerne ein Feedback. Ich verlinke euch jetzt dort oben, also dort oben, noch eine Playlist zu weiteren Taktik-Videos, die ihr euch unbedingt anschauen solltet. Denn sie werden euch besser und erfolgreicher machen. Bis zum nächsten Mal.